Hey, ich bin V. Erdings von den VR-Nerds und ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt zur besten VR-Weekly-Sendung, die ihr im Internet finden könnt. Wir schauen uns wieder an, was in dieser Woche so in der VR-Welt los war. Dazu haben wir erstmal die wichtigsten News für euch und am Ende werde ich mich noch in die Roomscale-Debatte einklinken und ich hoffe, dass ihr anschließend mit mir in den Kommentaren darüber diskutiert. Das wäre super schön, aber jetzt bleibt erstmal dran. Viel Spaß! Wird die HTC Vive eventuell am 29. Februar vorbestellbar sein? Das wird zumindest The Telegraph von HTC-CEO Cher Wang erfahren haben. Da die Vorbestellungen sowieso im Februar starten sollten, ist der 29. Februar aber auch der letztmögliche Termin. Somit hält sich unsere Begeisterung auch in Grenzen. Außerdem ist es verwunderlich, dass Cher Wang diese Information nur mit The Telegraph teilte. Daher wissen wir auch nicht genau, wie wir das Ganze einordnen sollen. Wir hoffen, dass wir nicht bis zum 29. Februar auf die Möglichkeit zur Vorbestellung warten müssen. Die HTC Vive soll anschließend ab April ausgeliefert werden. SMI zeigte auf der CES 2016 ein funktionierendes Eye-Tracking-System für das DK2 der Oculus Rift. Dank Foveated Rendering könnte schon bald deutlich Rechenleistung eingespart werden und VR-Spiele könnten somit hübscher werden bzw. geringere Hardware-Anforderungen besitzen. Durch diese Technik wird nur der fokussierte Punkt eines Bildes mit der vollen Auflösung gerendert und der restliche Teil mit einer geringeren Auflösung. Laut SMI soll ihr Eye-Tracking-System nur wenige Dollar kosten, wenn ein Auftrag über eine Million Geräte vorhanden wäre. Außerdem sagt SMI, dass bereits die zweite Generation an VR-Headsets Eye-Tracking-Systeme enthalten werde. Die Lieferungen für aktuelle Vorbestellungen der Oculus Rift verschieben sich nun auf Juli 2016. Wenn ihr also erst jetzt vorbestellen wollt, dann müsst ihr noch einige Monate auf das Paket warten. Für alle bisherigen Vorbesteller ändert sich natürlich nichts. Was sich aber ändert, ist der Wert der Vorbestellung. Auf Ebay wird die Rift daher immer wieder zu unverschämten Preisen angeboten. Wir raten vom Kauf auf Ebay eindeutig ab. Wenn ihr aber zu ungeduldig seid, um bis Juli auf die Rift zu warten, dann solltet ihr zumindest bis April warten und dann die Preise auf Ebay vergleichen, denn dann wird es sehr viele Anbieter geben, welche ihre Rift erhalten haben, aber nun doch verkaufen möchten. Kommen wir zu den Kurznachrichten. Der VR-Chat feiert in wenigen Stunden seinen zweiten Geburtstag. Heute Nacht um 0 Uhr könnt ihr mitfeiern. Den Link zum Download des Programms findet ihr in der Beschreibung. Am 28. Januar findet ein Steam VR Developer Showcase Event in Seattle statt. Uns erwarten mehr als 10 neue Erfahrungen für die HTC Vive. Ob auch was von Valve selbst dabei sein könnte? Die Finalisten für den Unity VR AR Vision Summit Award stehen fest. Lucid Trips von VR Nerds ist für den Artistic Achievement Award nominiert. Ich drücke die Daumen. Bleibt RoomScale VR ein exklusives Feature der HTC Vive? Die Entwickler von BudgetCut sagen, dass es nicht möglich ist, einen Raum von 2x2 Meter von Kopf bis Fuß mit dem Kamerasystem der Rift zu tracken, bei Verwendung der Oculus Touch Controller. Außerdem rät Oculus wohl davon ab, auf ein 360-Grad-Tracking-System aufzubauen, da nicht jeder User am Ende die Anwendung benutzen kann. Jetzt sind auch Zahlen zum Sichtbereich der Kamera der Rift aufgetaucht. Diese besagen, dass die Kameras der Rift einen Sichtbereich von 100 Grad horizontal und 70 Grad vertikal besitzen. Das CK2 hatte im Vergleich wohl nur 72 Grad horizontal und 52 Grad vertikal getrackt. Das ist schon mal toll, ist aber noch nicht das wichtigste Problem. Zwar erhalten Käufer der Touch Controller eine zweite Kamera, um die Controller besser zu tracken. Aufgrund der Beschaffenheit der Controller reichen aber zwei Kameras nicht aus, um eure Hände bei einer freien Bewegung im Raum dauerhaft zu erkennen, egal wie die Kameras aufgestellt werden. Habt ihr in beiden Ecken eine Kamera stehen und steht mit dem Rücken zu einer von beiden Kameras, können eure Hände und Arme ständig die Touch Controller verdecken und das Tracking unterbrechen. Es werden also eher drei bis vier Kameras notwendig sein. Diese Kameras müssten aber auch wieder separat gekauft werden und daher ist es nicht verwunderlich, dass Oculus den Entwicklern von einer 360-Grad-Roomscale-Erfahrung abrät. Die Verdeckung mit den Armen ist auch theoretisch bei der HTC Vive möglich, jedoch aufgrund der Beschaffenheit der Controller ist es deutlich schwieriger. Aber wie seht ihr das Ganze? Ich würde mich über eure Ideen zum Thema freuen und gerne mit euch in den Kommentaren darüber diskutieren. Das war's auch schon wieder mit WeAreWeekly für diese Woche. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst uns doch einen Like da. Ihr bekommt von mir auch einen Like, weil ihr habt so schön zugeschaut und wir sehen uns dann in der nächsten Woche wieder, hoffe ich zumindest. Und ja, habt eine schöne Woche. Bis dann. Bis dann.